Durch eine starke Leistung hat sich Freiburg den Punkt heute mehr als verdient und somit willkommen zum Talk SC Freiburg gegen Bayern München. Ja, die Bayern heute in Freiburg zu Gast. Lewy hatte noch was vor, er wollte den Torrekord von Gerd Müller knacken, beziehungsweise ihn erstmal egalisieren. Und die Bayern eigentlich relativ gut reingekommen, die Freiburger haben sich aber keinesfalls versteckt, haben ja auch nichts mehr zu verlieren, für die geht es ja in der Tabelle eigentlich um gar nichts mehr. Und waren wie gesagt sehr gut drin und das Spiel war, ich sag mal, nicht das Beste in den ersten Minuten, aber es kam, es wurde immer besser so mit der Zeit. Und die Bayern haben dann einen Elfmeter zugesprochen bekommen, zu Recht. Und ja, das ist natürlich eine Aufgabe für Robert Lewandowski und den hat er wieder eiskalt verwandelt. Das war damit sein 40. Saisontor und hat damit den Torrekord von 71, 72 von Gerd Müller zumindest jetzt schon mal egalisiert. Und ich fand das auch eine schöne Geste bei seinem Jubel, dass er so ein T-Shirt drunter hatte mit Gerd Forever. Fand ich sehr schön, die Geste von Robert, aber es fehlte ja noch eins. Ja, die Freiburger trotzdem haben sich nicht versteckt, denn nur drei Minuten später nach einer Ecke gleicht der Ausgleich für die Freiburger schlecht verteidigt. Nübel sah da auch nicht so ganz gut aus, aber ja, vom Prinzip her war es okay, wenn man sieht, wie die Freiburger sich da reingeschmissen haben in die Partie. Das war dann der Pausenstand. Dann kurz nach der Pause fiel das 1-2 für die Bayern, dachte man zumindest, denn Serge Gnabry hatte eigentlich das Tor gemacht. Aber da war anscheinend jemand mit dem Maßband wieder unterwegs, denn es war anscheinend minimal abseits und das Tor wurde nicht gegeben. Aber nur ein paar Minuten später hat Sané dann sein Tor gemacht in der 53. und Bayern hatte das Ganze dann eigentlich auch im Griff. Aber die Freiburger haben halt trotzdem immer gedrückt und haben dann auch viele Chancen kreiert, wo auch Nübel zum Teil sehr gut gehalten hat. Und ja, man kann am Ende sagen, Bayern hat sich, glaube ich, auf das 1-2 verlassen. Und was ja noch dazu kommt, dann kam noch eine Szene, die hat mich persönlich sehr verwundert. Robert Lewandowski kriegt einen super Pass. Und von diesem, also Ersborg bekam ja einen super Pass in den 16er. Und diese Bälle macht er eigentlich im Schlaf, der kann die Augen zu haben, normalerweise macht er den. Erstmal stark pariert vom Torwart. Beim ersten Schuss denke ich mir, gut, wenn der Torwart gute Reaktionen hat, den kann man halten. Das ist okay. Aber der zweite Ball, er steht frei, wirklich frei vom Tor. Er muss nur den Fuß hinhalten. Ich weiß nicht, was passiert ist, das kann jedem Fußballer mal passieren, auch einem Robert Lewandowski. Aber es war schon sehr, sehr komisch, weil einfach die Situation, dass du eigentlich 1,50 Meter vom Tor wegstehst und du eigentlich nur den Fuß hinhalten musst und du ihn dann irgendwie, was weiß ich, in einem falschen Winkel hältst und dass das dann ein Rückpass für den Torwart ist. Ich glaube, Robert Lewandowski wird heute Nacht deswegen nicht so gut schlafen können. Aber ich denke, dass er im nächsten Spiel, im letzten Spiel gegen die Augsburger auf jeden Fall nochmal treffen wird und dass er dann den Torrekord von Gerd Müller knacken wird. Also wenn jetzt nichts mehr in der Woche passieren sollte. Die Freiburger allerdings nochmal super Konter gesetzt, haben nochmal den 2-2-Ausgleich gemacht. Nübel konnte da nichts machen, super Tor von den Freiburgern. Ich denke, unterm Strich kann man sagen, dass das 2-2 verdient ist. Ich freue mich jetzt auf das Saisonfinale und hoffe, dass Robert Lewandowski den Torrekord von Gerd Müller noch knacken kann.